Hallo, wie heisst du? Mikros? Du? Ich heisse Philipp. Wo kommst du her? Zürich. Von Zürich? Von Zürich, genau. Ich bin Zürich. Genau. Und jetzt bist du zuerst bei Freelag? Ja. Gefahrst du? Ja, es ist Chill Chill. Chill Chill. Hast du etwas gelernt? Ja. Was hast du für Sport gelernt? Ja, ich weiß auch nicht. Und Französisch? Nein, nein. Doch, doch, sicher. Ja, sicher. Und Freiburg, findest du eine schöne Stadt? Freiburg? Ja, ja, finde ich sehr schön. Sehr schön. Und die anderen Kinder sind vor? Chillig, alle chillig. Gute Atmosphäre. Kommst du vielleicht wieder mal vorbei, Mensch? Ja, wahrscheinlich schon. Super. Gut, danke nochmal.